Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme, heute mit den Bremer Stadtmusikanten hier zu sehen. Ja, ich bin gespannt, was uns heute erwarten wird. Ich weiß, dass wir jetzt in Wonderhorn bzw. Wunderhorn angekommen sind. Was natürlich hier irgendwie los ist, das haben wir noch nicht erfahren. Aber da hinten gibt es auf jeden Fall einen Steckbrief zur Suche nach einem grausamen Teddy. A young, young girl, and bear companion? Wait, what is this? It goes on to describe me exactly. The two are extremely dangerous. Do not approach, but warn authorities immediately. By order of the royal family? I don't understand. We didn't do anything. I don't know what this is about, but I think we best get what we need and leave as soon as possible. Uh, I don't think vandalizing the posters will make us less guilty. The sign says Blackley is blacksmith. Bits, bobs are broken. We meet all your metalsmithery needs. Hello? Is someone in there? Huh? Sorry? I just said hello. I was wondering if I could ask you about a few things. Uh, I've got too much work as it is. Sorry, you'll have to come back later. Oh, okay then. Oh, how lovely. Aren't you all just the sweetest? Ah, yes. The people of Wunderhorn. At last they come to show their admiration. More talking animals. Aw, you are so cute. Good gracious. The girl wastes no time for growing talent for superficiality. Me, the great Roostwig van Betoriki. My world, truly there's no respect for the greats anymore. Oh, no, no, no. I'm sorry, Mr., uh, Mr. Roostwig. I didn't mean any offense. All right, all right. Very well. What is it you want then? Tja, was wollen wir? Warum reden die Leute mit uns in der Stadt nicht? Das würde ich fragen. Was ist hier passiert? Wer ist die königliche Familie? Was macht ihr hier? Und, ähm. Don't these guys talk too? I've never met animals before who talk. Is that a Wunderhorn kind of thing or something? It is an education thing. And I don't want to be considered a common animal thing. But sadly, no. My companions are without the same expertise of the human language. I'm afraid you'll have to restrict your swooning to me. Oh, das ist aber schade. Die anderen reden nicht. Ich hätte zu gern mit dem Hund gesprochen. Why are you the great Van Betoriki? Are you famous? Ah, am I? My word. Were you educated in the slightest, commoner? Oh, the people of Bremen. They did love me so. It is true. Ah, lass. All good things must come to an end. They stopped coming to your shows? Uh, no. I was exiled, forced to abandon my town like a mere common criminal. But I persevere, as all greats do. Do not fear or mourn for me, commoner. Right. I'll try not to. But what did you do? Oh, did you do something bad, Roostwick? Well, my companions and I had procured residency in the cottage for our retiring comfort. However, some Bremen commoners took it upon themselves to call it squatting. Ach ja, die Bremer Stadtmusikant, das ist wirklich eine Anspielung drauf. Hätte ich gar nicht so gedacht, aber das ist schön. Ich feiere das gerade schon so ein bisschen, dass sie hier auch mal quasi, eigentlich ist das Spiel ja, also das Spiel kommt ja aus dem Englischen und sie haben quasi über drei Ecken dann die deutsche Story hier so, also quasi so eine deutsche Sage mit eingebaut hier an der Stelle. Ziemlich cool, wenn man überlegt, dass das Spiel nicht von uns kommt, also quasi nicht aus Deutschland, das heißt von uns. Ich mag den ganzen Scheiß oder so nicht, aber es kommt halt nicht von hier. So. So you're all homeless then? Do you have anywhere to stay? The proverbial cat is out of the bag. Might as well profess it all. If truth be told, we had reserved a desirable lakeside residence. It was perfect. Alas, upon our arrival, a band of uncouth rogues took it upon themselves to, uh, bargain with the owners. Oh, you mean they struck a better deal and the owners ran with it. Ah, well, you could say that. The owners did indeed run. Far, far away. Oh. Oh, that kind of bargaining. Oh my. Well, that, that's not fair, Roostwig. That's robbery. Dear Fräulein, they're not called rogues without reason. But someone should do something. Roostwig, that cabin should have been yours. Just leave it with me. I'm going to go see if I can level with them and get you guys your home. Level? Level with uncouth rogues? You do that. Tja, ja, wo war die Hütte doch gleich? Da fragen wir einfach nochmal nach. Da fragen wir doch nochmal nach. Dann haben wir nämlich einen genauen Plan, wo wir hin müssen. Where was the cabin you guys wanted to settle down in? If truth be told, we had reserved a desirable lakeside residence. It was perfect. Alas, upon our arrival... Just leave it with me. I'm going to go see if I can level with them and get you guys your home. Level? Level with... Hmm, das hatten wir schon. Alright, ich lasse euch alle zurück zu, was ihr gemacht habt. Hmm, ich bin nicht sicher, dass das ein guter Plan ist. Hmm, es sieht aus, dass die Hauptwasserfaktion ausgewählt wurde. Obwohl, ich glaube, die Hütte da sollte, was in den Pipen rauskommt, wenn ich sie benutze. Das war lustig. Zurück zu finden, die Kürze, ich glaube. Ich glaube, die Hütte da sollte, was in den Pipen rauskommt, wenn ich sie benutze. Okay. Oh, der Hund. Aber die Musik hat auch übrigens schlagartig aufgehört, ne? Als wir den Hahn angesprochen haben und alle die Instrumente abgelegt haben. Ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Ja, und bitte nicht wundern, ich bin noch ein bisschen krank, deswegen wird die Aufnahme heute nicht ewig gehen, denke ich. Wenn es dann doch ein bisschen länger wird, ist es halt eben so. Aber über die Osterzeit durfte ich mich dann doch im Bett kurieren. Sehr schön. Die Nadel im Heuhaufen finden. Aw, all this hay has that kind of farm smell from home. It is exciting to see all these new things, but I miss Grandpa a lot. Schnappen wir uns mal die Nadel. Hehe, wenn etwas schwer zu finden wäre, hat Grandpa immer gesagt, Oh Anna, du kannst auch mal versuchen, eine Nadel in einem Heuhstack zu finden. Würde es nicht so lustig, wenn ich eigentlich... Oh, warte mal. Also da geht's. Nicht so schwer zu finden, Grandpa. Ja, wir haben das magische Amulette noch, das ist ja schön. Ah, wir haben sogar noch den Babydrachling, das ist ja cool. Ein Diamant mit dem... Hier, ne, aber Schmied, Mensch, wir haben ja richtig Kohlen, ne. Kannst du doch mal richtig einen rausdrücken hier. Hmm. Nee, der nicht. Ja, der hat genug Kohlen. Er hat genug Kohlen. In die Gasse, ich weiß, ah, fangen wir mal da an. Ich bin... Okay, dann gehen wir noch nicht in die Gasse. Im Dorf. Es gibt nur mehr Hände und Viertelge in diesem Weg. Und sie waren alle von mir schlitten. Okay, dann gehen wir mal in den Laden. Auch in dem Laden können wir nichts machen, in die Kirche können wir auch nicht, können wir auch nicht. Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Mühle, dann bleibt nur noch die... Hmm. Hmm. Oh, schau, Anna. Schau, ich glaube, ich habe Menschen gefunden. Ich glaube, du bist richtig, Ben. Good work. Come on, let's go see them. Uh, yeah, but, um, I'm too young. I'm not allowed in places like that. Well, neither am I. But we need their help. Yeah, but there's a strange man sleeping on the table. Why is he sleeping on the table, Anna? It's okay, Ben. Look, why don't you wait out here while I take a quick look inside? Okay, Anna. I can do that. Just be careful, okay? Uh, good evening, sirs. Hey, girl. Is it me, or... Hmm? Isn't she... You know? Hmm. Hmm. Yeah, I thought so. How about that? Um, sirs? Hello? Evening, low miss. What can I do you for? I'm trying to find a wizard. I was told he lives here, in Wunderhorn, see? All right. Um, so do you know any? Any wizards? You do realize where you are, right? Um, yes? A tavern? Little miss, this village. This is a magic village. Really? Oh, wow. Aye, indeed. It's a dying practice, but there's still plenty of them lingering. You know, the magic ball, which is wizard and the sword. Eurgh, not more witches. A girl your age, little miss. You'd best not be dealing with the likes of them. Stories of children, been up and vanishing. Christ from the old mill. Oh, no. That's terrible. Where did they go? What's this old mill? It's on the back of the village. Near the bridge to the woods. But, uh, not my business, little miss. I just clean my glass here and pay them no mind. Don't want no trouble now. Hmm. Well, if that's the case, then I'll help find the children and the wizard. You're not really from around these parts, are you? No, sir. I've come a long way looking for this wizard. So kidnapping witch or not. Actually, I should probably be getting back to looking now, too. Thank you kindly for your help, sir. Oh, yes. Wait, little miss. If you want to know a good place to look for one, well, out in the square there, behind the big old church, there's an alleyway. Down there, that's where I see them coming and going sometimes. Uh, just be careful out there. Not usual for a girl to be out there alone. I wouldn't want you vanishing like the rest of them now. You know, mister, I'm beginning to think you care more about others than you let on. Ah, no, no, no. Just, ah, clean my glass, mine of my own. Hehe, don't worry about me, sir. I have a feeling I'll be alright. Did you say you recognized me? When I came in, you seemed to... know me. Aye, you heard rightly. But, how is that possible? I mean, I'm from a far away farm. I don't know anyone. That may be, but the royals seem to know you. You and the so-called bear man. Hmm? Aye, Gil says he's called that on account of his gruesome bear-like appearance. Says he stands ten feet tall, eats people whole. Best be careful of him out there, little miss. Ah, haha. Okay, but how do these royals even know anything about me? What do they want me for? Not my business, little miss. I'll just clean my glass here and pay them no mind. Don't want no trouble now. Alright, thank you, mister. Better get back to what I was doing. Aye, that should I. Take care out there, little miss. That's what we're doing, little miss. He doesn't seem to be a particularly chatty man. I think I'll leave him be. There's a... Not very nice smell coming from there. I really don't think I want to know what it is cooking inside. Aye, you really don't. Ugh, no way. I'm not that hungry. Ah, I'd love to take him and set him free. But I think he's a bit beyond my health now. Bist du dir da sicher? Aw, he looks so sad. For good reason, I guess. He looks so sad. Needles are for sewing. But that doesn't need to be sewn. That's right. He doesn't seem to be a particularly chatty. Eve? Isn't that a bit of a hazard, having them over the door like that? Was? Keine Ahnung. Es gibt zwei. Eine für Bier und eine für Wasser. Ich denke, dass eine viel mehr als die andere benutzt wird. Ich denke, das wäre nicht sinnvoll. Es gibt zwei. Sie sind beide... Diese kleinen Dinge sind so heiß, dass sie das Kohl mit sich selbst kacken. Oh nein, sie sind viel zu heiß, um mich mit zu kümmern. Ich habe sie vorhin gesehen. Sie sind Familie Kress, um zu zeigen, was Haus du hier bist. Der Bar-Tender hier scheint zu leicht zu gehen, um ein Lion oder ein Wolf zu sein. Ja, das wäre genug wahr. Aber ich will auch keine Seite nehmen. Oh nein, du bist sogar sogar impartierlich, um Freunde zu machen. Was? Ich sollte nach... Ich sollte nach der Alley gehen. Wahrscheinlich ist das für Magi... Wie geht's hier? Ich bin gut, danke. Dieses Ort ist schön und lach. Und die Lampen sind warm, also ich bin sehr gut hier. Das ist gut zu hören, Ben. Tja, dann reden wir mal mit Ben, was Ben irgendwie auf dem Herzen hat. Ich war interessiert. Haben Sie noch mehr Details, was vorhin von Winfrieda's Tower zurückgekommen ist? Nein, nicht genau. Es ist nur das Familienporträt von Winfrieda's Tower. Ich fühle mich immer, als ob ich diese Frau weiß. Sie ist so familiar, aber ich kann es nicht mehr erinnern. Hm... Well, wenn ich etwas darüber finde, werde ich dir wissen, okay? Ja, das ist eine gute Idee. Danke! Gehst du hier auf deinem eigenen Weg? Oh ja! Ich bin einfach glücklich, dass wir endlich hier sind. Ich bin viel zu viel. Das Stadt, aber... Ich bin glücklich, dass es die Kür hat, aber... Ich denke, ich weiß, was du meinst. Wir sind definitiv nicht hier von den Villagern. Well, wie es oder nicht, das ist woher die Kür ist, und wir bleiben bis wir finden es. Genau. Wir bleiben nur so lange es dauert, und dann finden wir unsere Weg nach Hause. Wherever das für dich ist, wir finden es. Ich werde sicher sein. Okay. Das klingt gut. Na dann, machen wir uns wieder auf den Weg. Okay. Gut. Ich glaube, ich werde da rauskommen. Okay. Auf geht's in die dunkle Gasse. Ja, wir gehen jetzt in die Gasse. Ja, gemütlich. Ah! Oh! Oh! Oh, my! Hi. Hello there, child. Hello, miss. I didn't mean to startle you. That book! Where did you get it? Sorry? Oh, this magic book? Well, that's kind of a long story. I must have it. Um, can I have it? Please? I... I'm not sure. I did go through a lot to get it. Hmm... You, you, you're all alone out here? A child? Alone? In a dark alleyway? Well, I'm looking for someone. Perhaps you know him? A wizard of some sort? Uh... No, I do not know anything about the wizard's secret magic shop. Huh? Wait, the wizard's shop? That door you just came through. What was that? Oh, uh... Curses! Vested by a child. This is why I do not like children. Um... Pardon? Perhaps I do know something about a secret wizard's shop. Perhaps. What of it? Really? Oh, please, miss. Could you show me where it is? Hmm... Okay. The price is one magic book. Oh... Uh... Well... You promise you won't do anything bad with it, right? Ah-ha-ha! Yes, yes. Whatever you say. Hmph. Well... Okay, then. Uh-oh. Hehehehe. Hehehehe. Hey... W-w-wait a second. Oh... Ah, yes. Immerhin. Klick. Stein. Ah, wer hätte das gedacht? Hehehe. Hehehe. Hehehehe. Hehehehe. Haben wir auch gar nicht gesehen. Haben wir gar nicht gesehen. Und haben ein Zauberbuch dafür verschenkt. Mann. Äh, hello? Ist... ist jemand zu Hause? Wer geht da? Oh, äh, hello. Mein Name ist Anna. Sir? Äh, Anna. Liebe Kinder des Westens. Ja, ja, natürlich. Of course. Oh, I... I'm sorry. I... I thought this was the wizard's house. Ah, but it is, Anna. It is. The sorceress's house, to be more exact. Pleased to meet you, young lady. I've been waiting for you. Oh. Oh, I see. I'm sorry. Pleased to meet you, too. So you... you know about my grandpa, then? Of course, dear. Of course. Please, take a seat. Moment. I can't believe I finally found you. I don't even know where to start. Do you have a cure for my grandpa? How do I save him? I'll do anything. Patience, dear. Relax. We have time. He is gravely ill, it is true. But it is a special kind of illness. And a special illness, you see, deserves a special spell. What do you mean? I mean, a special kind of illness. Your grandpa, he is cursed. A very dark and powerful curse at that. No. Grandpa. But you must know, for such a spell, there are great and powerful objects needed. Objects I do not possess. Whatever they are, I'll get them. Grandpa, he... he's all I have. Sadly, they are, how do you say, protected. Protected? Yes, that is what I said. Child, didn't this grandpa of yours tell you not to interrupt people all the damn time? Oh, I'm... I'm sorry. Hmm. Well, as I was saying, there are three sacred objects that I need to complete the cure. But taking them from their owners is another matter. Drei geheiligte Objekte brauchen wir also. Hmm. Do you know how my grandpa is doing? Can you tell me? I've been in the woods for some time now, looking for Wunderhorn. So I just... I just want to know if he's still okay. I can tell you this much. He's not getting any better while you sit here chatting away. Oh, no, no, I guess not. Okay, so what are these sacred objects? Where should I look for them? The first is an orb of great power. The amber orb. Only possessing it grants the user exponential magical power. Enough even to break the curse. It can be found in the woods beyond the mill. In the depths of a lake protected by the Weissefrau and ghastly spirits that haunt the waters. Tricksters of the very worst kind. Whatever you do, child, do not enter those waters. Oh, my. So, how shall I get the orb, then? You will find a way, I'm sure. If you want to save your grandpa, you will have to. Yes, yes, I will. I will find a way. And the second object? An enchanted rose from the tops of Glass Mountain. This is the heart of the cure. The soul of the spell's essence, if you will. At its peak is housed a nasty outcast of this world. A bitter, twisted old fool that has embraced his seclusion. Ask for the rose and the rose alone. He guards many protected objects, but that he might part with. Oh, I see. Alright, so Glass Mountain. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He would no more on the legend. Wow, a dragon. Alright, the minister at the church. And the final object? Fortunately, this is quite a great deal easier. In fact, I do believe you have it already. Really? Let me see. Um... Don't be dull. The spellbook child from Winfrieda's Tower. Oh. Uh. Oh. What? What is it? You do have it, don't you? Well, I did, but... But... An old lady took it from me. Just outside. One of the most powerful spellbooks in all the land. And you gave it away. Well, not like that. I mean, she was nice about it. And seemed like a nice little old... Never mind. You must find it regardless. It contains the chance for the spell and is absolutely vital. Uh, alright. I will. I'm sorry. Don't apologize child. Just get it back. I'll look at these objects then. Thank you so much, Miss... Um... Gee, I'm sorry. I think I forgot your name. I never said it. The objects aren't finding themselves, you know. Oh, yes. Okay. I'm sorry. Ich vertraue ihr sowas von... Überhaupt gar nicht. Null. Nichts. Hm. Children. Null. Never. Überhaupt. Ganz und gar nicht. Aber ohne Mist. Na? Was hab ich gesagt? Unten links, ne? Ich mach das nochmal kurz auf. Dann könnt ihr ganz da unten. Dann sieht man auch so die Frisur hier, ne? So, da unten. Links sieht man so die Frisur. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir richtig ganz und gar nicht. Das ist... Das ist... Das könnte ihre Tochter sein. Winfriedes Tochter. Das ist, ähm... Gefährlich, gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Ja, schneiden wir ein Stückchen raus hier. Nope. Das funktioniert nicht. Alter, Glas schneiden mit Diamanten? Das sieht nicht... Das klappt. Nope. Das... Das ist ziemlich eine ältere und intrikate Sache. Sieht so, wie es so ältere als die Kirche. Hm. Ah, schau mal an das. Ein süßes kleinen Drachen auf dem Topf. Just wie in der Kirche-Wendung. Ich liebe diese wirklich. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das... Anna hat echt, äh, nette Vorstellungen auf jeden Fall hier von... von allem. Da tun wir mal runter. Das Schild sieht ziemlich alt. Ich denke, es hat da schon lange gehalten. Und, äh, es war ziemlich kalt auf diesem langen Trip hier. Ich könnte ein Schild, um zu Hause zu verwenden. Ah, nimm mal einfach mit. Das hab ich mir aber schon gedacht, dass das hier... Oh. Huch! Ah, ups-a-daisy. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Prächtigung mit diesem. Das wollte ich nicht. Aber wir haben es wieder eingesteckt. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Haben wir noch was Schönes? Schönes, schönes, schönes Müll. Ah, nein, ich werde passen. Ich habe mir mehr als genug grossen Dinge in Winfrieda's Tauern gesehen. Blech. Nein, danke. Das scheint nicht... Oh, ja. Ah, wenn ich die Lampen herunterbiegen hätte, hätte ich die Lampen herunterbiegen. Aber ich sehe keinen Grund, das zu tun.